Janik, hast du dich schon mal gegoogelt, selber? Ja, aber schon etwas länger her. Also ich habe es jetzt gerade bei deinem Namen eingegeben. Ja. Bei Google. Und das erste, was kommt, ist? Ist Janik Schiemann. Und dann, weißt du, dieses Schauspieler steht drunter und dieses Foto. Das ist nicht mein Lieblingsfoto. Weiß jemand, wie man dieses Foto ändert? Ich würde das nicht sehr gerne ändern. Das hier? Das? Ja, so ein, das hätte ich gern. Das ist cool, ne? Okay, dann kommt als erstes Janik Schiemann Instagram. Okay, fair enough. Dann kommt Janik Schiemann Freundin. Freundin? Freundin. Ja. Komisch. Dann kommt Janik Schiemann Filme. Ja. Und dann kommt Janik Schiemann Filme und Fernsehsendungen. Dann kommt Janik Schiemann Partner. So random, dass man Janik Schiemann Filme und Fernsehsendungen googelt. Ja, stimmt. Oh, und dann, 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 dann kommt Janik Schiemann GZSZ. Doch. Ich habe nie GZSZ gespielt. Warum kommt das? Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat mal jemand mitgespielt, der dir irgendwie, weiß ich nicht, ähnlich sah oder so und dann dachte man sich, das ist er doch. Das ist er doch. Das ist er doch. Und dann kommt, das ist ja wie seltsam, Janik Schiemann Eltern. Es gibt Leute, die deine Eltern kugeln. Oh, Mann. Sorry, Mama, Papa. Das ist meine Liste, die ich hier habe. Zusammenfassung. Ja, also Zusammenfassung, du bist Schauspieler, der in Film und Fernsehsendungen mitgespielt hat. Und bei GZSZ. Und bei GZSZ. Und dann vielleicht, wenn wir noch wissen, wer deine Eltern sind. Pass auf, ich mache dasselbe jetzt auch. Dominik Davenport. Und dann Dominik Davenport Sissy ist jetzt mittlerweile das Erste. Ah, ja. Der zweite Sucheintrag ist Janik Schiemann. Ja, echt? Ja. Sorry. Dominik Davenport Eltern. Als Drittes. Als Drittes. Okay, das ist sehr seltsam. Dominik Davenport Sternzeichen. Wassermann. Dominik Davenport IMDb. Okay. Dominik Davenport Agentur. Above the Line. Dominik Davenport Filmografie. Mhm. Und Dominik Davenport Geburtstag. Mhm. Und Paula Kober. Ja, echt? Ja. Cool. Hallo Paula. Unsere Pfannen hier aus der Ersten Schaffel. Also, wir gucken hier nochmal ein bisschen weiter und gucken mal, ob wir noch andere Suchbegriffe finden. Ich wünsche mir viel Spaß bei Sissy. Seid ihr bereit für eine kaiserliche Audienz? Hans, Sissy und Franz laden euch ein zur zweiten Staffel von Sissy. Jetzt streamen auf RTL+. Und mehr exklusive Einblicke in die Serie und hinter die Kulissen findet ihr hier auf dem RTL-Plus-Kanal. Also lasst gerne ein Abo da. Und das am�� Martinez ist auf dem RTL. Und morgen abone ich uns vor. Ja. Ja.